Ich bin Michel, Produktmanager bei der Firma KS Tools. Ich möchte euch jetzt unseren Fixit Montagehilfesatz für Ölwannen vorstellen. Das Problem dabei ist, wenn ich die Ölwanne alleine ansetzen möchte, eine herkömmliche Dichtung habe oder eine geklebte Dichtung, dass ich eventuell die Dichtung oder die geklebte Dichtfläche verschiebe. Dafür haben wir unsere Montagehilfen. Drei sind schon eingesetzt. Die vierte schraube ich jetzt ein. Und somit sind die Montagehilfen platziert und ich kann die Ölwanne im nächsten Step ansetzen. Die Ölwanne sitzt. Dann kann ich, ich habe ja noch genug freie Löcher, den nächsten Schrauben ansetzen. Wenn ich auf jeder Seite zwei Schrauben fixiert habe, kann ich meine Montagehilfen wieder entfernen. Dafür habe ich die Möglichkeit, mit dem Sechshand drauf zu gehen. Wenn ich alle Montagehilfen raus habe, kann ich die restlichen Schrauben einsetzen und diese herstellergerecht anziehen. In dem Satz sind zwei verschiedene Größen enthalten. Einmal im Sechs, einmal im Acht mit jeweils vier Stück und diese erleichtern die Arbeit bei der Montage der Ölwanne ungemein. Und so ist es, was ich habe ja jetzt den Blick, dass ich die feststellen, dass ich die Brot, die Stadt mit der Ölwanne ungemein an hatte. Und jetzt bin ich mir. Und jetzt bin ich.